ja wohl hallo und herzlich willkommen bei let's play schatten des krieges und wir belagerungsbestien töten beherrschen und dann andere töten und zwar so was von das mit dem unentdeckt das wird wahrscheinlich das wird wahrscheinlich der interessante part von der ganzen geschichte seine die hallo jetzt mächtige waffen ein belagerungsbestien zum beispiel auf der belagerungsbestien auf ohne den alarm da schon um die woche um ja das ist gar nicht so dumm ohne entdeckt zu werden du bist die wade definitiv da oben ist einer dann werden wir doch da direkt mal hochgehen werden uns den kollegen mal anschauen was ist das mit dem zusatz ist schon vorbei wieso was für ein zusatz aufgabe nicht entdeckt zu werden aber das ist egal ach so okay habe ich das praktisch versaut beim ersten schritt aber das ist auch nicht schlecht dann ist die sache gerätzt da unten hat es ein fass oh halt anschiessen mit pfeilen aber die verkiften sind und denen kopfschuss damit die rüstung aufrüsten erwartet trinkt er das ist ja vor dem fall nein was war das jetzt was ist das gift fass gift fass was ist denn das von kack steht manchmal schon mal da kannst du anschiessen gibt es explosionen ja aber das ist doch blödsinn der hat er jetzt nicht aus dem gift fass hat es wohl geklappt naja ich habe den jetzt dahin gelockt jetzt bin ich mal gespannt was er tut kopfschuss hast aber gesagt müssen wir machen wenn man vertieftet ist ja ja wird er jetzt wieder weiß oder was ist los ich glaube der sebo jetzt anläuft ist der der trinkt oder der trinker ja was denkt und 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 ja der trinkt njam 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 wann muss ich denn abschiessen wenn er grün worden ist noch nicht noch nicht noch nicht da aufhören aufhören sonst ist dein team weg aber jetzt doch was ein kopfschuss da hat einmal nicht klappt ausser wir haben die ausrüstung gar nicht drauf ich hätte gemeint ich habe ich wo ich weiß dass sie ein bisschen rechts war aber ich hätte gedacht tatsächlich aber in die hand geschossen oder so fuck aber wenn du glück hast ja ja nimm dort noch mal einen schluck komm trinkt trinkt freunde trinkt trinkt brüderlein trinkt halt mir so hoch und jeder wird mich fürchten wie die dunkelheit selbst na ja aber das will ich jetzt schon durchziehen dort der links kommt da hin zum gesüffeln ich mag keine höhe ich fühle mich so eingesperrt oh ich bin schon gekommen jawohl jetzt beide beide ja wahnsinn warte bis grössing und dann der dicke ist grösser zum treffen den dickeren kopf jetzt ja wohl das war's aber das war's ja zucker hinweg da zwei nach rechts verbesser ich 15 von unseren 7 859 tausend millionen man braucht es dann später noch na das hat ja geklappt das war zwar weniger geburt jetzt aber es hat geklappt da müsste man doch auch auf irgendeine titelidee kommen oder es hat geklappt naja das ist ja ein bisschen das spernt das brot schon viel besser ja also schon woanders laufst du ja ich lauf wohin wo ich vielleicht oben rüber kommen kann ohne dass man mich entdeckt oder ich meine das ziel ist ja du damit du meinen entdecken kannst vergessen ach so das ist eh schon vorbei meinst du aber ich will trotzdem oben rum das ist eigentlich deutlich cooler absolut empfehlenswert ja das ist schlecht ja das ist schlecht Ja, Schnauze. Ach ja, eigentlich hätte ich die anschießen wollen. Aber ich würde. Du musst einfach die Hilfe haben. Das klappt ja super, Scheiße. Ich gehe mal wieder da rüber. Es macht ja mehr Sinn, den aus der Entfernung abzuschießen. Ich habe keinen Bock mich anbumsen zu lassen. Oh, Mensch, das. Ja, ich glaube, dass die Belagerungsbestie auch schiesst. Eben. Scheiße, Alter. Scheiße, Schuss. Andererseits hat es noch. Ich ziehe die jetzt mal alle auf mich. Da, geradeaus. Gleiches Geschick für schneller Rennen, wenn ein roter Kreis kommt. Da, geradeaus sollte es viel hacken. Ja, da sind sie. Aber ich habe echt ein Problem. Ja, aussaugen. Ja, da sind mir auf der Tat zu viele. Wenn ich mal ganz ehrlich sein sollte. Oh, und der Karagorn. Ach du liebe Kacke. Ich kriege ja dermaßen aufs Maul jetzt hier. Aber das ist doch eine ganz gute, ganz gute. Ah. Ede. Jetzt hast du demütlich. Dann anrennen und und um. Ist gut. Nein, ist nicht gut. Muss noch eine. Jetzt ist gut. Beim ersten Mal waren es auch immer zwei. Ohne Alarm zu schlagen. Ja, du. Das geht besser. Scheiße. Wie kann man das so versorgen? Das war total bescheuert. Warum laufe ich denn an die Bestie hin? Ich habe das vorher bei dir gesehen, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie so muss das machen. Das war total sinnfrei irgendwie. Aber jetzt kann ich dafür nochmal versuchen, ob ich das Zusatzziel schaffe. Mhm. Halt aussaugen. Wenn du den Nächsten über den Weg laufst, kannst du noch aussaugen. Ach, ich glaube, dass ich sowieso wieder volle Gesundheit habe, wenn ich die Mission neu starte. Ja. Okay. Wir können auch mal schauen, ob ich die Pfeile wieder voll bin. Ah nein, ich bin ja... Habe ja schon. Also komm. Ah, wie beknackt. Ich bin der Meinung, das war spitze. Es ist spitze, ja. Aber sowas war... Ach du Scheiße. Das mit dem Entdeckten ist schon weg übrigens. Was? Ja. Hä? Das hat schon Klang gemacht. Du bist einem vorbeigegrennt, wo du gesehen hast. Das gibt es doch gar nicht. Also das ist echt schwer. Mhm. Muss denn nur Geld werden oder was? Oder bin ich einfach blind? Also dass da zwei gelaufen sind, das war mir schon klar. Aber normalerweise sehen die einen doch nicht. Die sind doch viel zu blöd. Mhm. Also da bin ich wahrscheinlich einfach zu sorglos. Also jetzt da in dem Moment gar gesehen, ja. Aber pff. Ja. 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 Du bist ja auch da, wo du Arsch bist. Ja. Ist mir aber zu weit. Ich möchte jetzt nicht unnötig Elbengeschosse verbrauchen. Von dem Dach da oben Hätte ich gesagt Das sieht doch gut aus Ist da irgendwo ein Gegner? Nein So, jetzt pass auf Guck mal, das ist so weit genug Entfernt, oder? Das ist schon gut, das angelt schon nicht noch mehr Wenn der stirbt Ist auch vorbei Ja, und? Ach nein, was mach ich denn da schon wieder? Das war schon wieder relativ Möld glaubt mir nicht Magst du dich rennen, wenn ich sage Nein, nicht noch mehr Leck mich doch am Arsch Zum Zähneausbeissen Ah, ehrlich du Was für ein Scheißendreck Ja, Alarm lösen sie jetzt auch noch aus Na gut, das ist ja egal Also ich glaube, jetzt haben wir dann jeden Grund durch Warum wir die Scheißmission nicht schaffen können Ach Ich spring doch in jedes Loch rein Was es da so gibt Ich bin ja gerade auch nicht so ganz auf der Höhe Würde ich sagen So, aber jetzt Jetzt können wir nochmal gucken, ob wir Pfeile kriegen Ich habe nur vier von sechs gehabt jetzt am Schluss Ja, das kannst du jetzt mal hier vergessen Zwölf Minuten Schau mal, ich habe Brille auf Ich kann wieder die Zeit lesen Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Es hat auch gar kein Zusatzziel mehr Übrigens Aha Das war überhaupt nie da, die haben mich gar nicht entdeckt Ich finde ja, das ist vielleicht einfach wirklich nur beim ersten Versuch Meinst du? Es sieht ein bisschen so aus Weil bei mir ist es definitiv ein Zusatzziel gewesen Ehrlich? Ja ok, könnte natürlich schon sein Na gut Ja, das ist Kacke Herrscher wieder, oder? Dann lauf doch einfach rauf Du musst ja nur schauen, dass es kein Alarm gibt Ja stimmt, genau Kein Alarm und Belagerungsbestien nicht töten Genau Ich versuche es mir zu merken Kaum mache ich das Maul zu Du musst nur so lange schiessen, bis sie grün geworden ist Ah ja, ich habe es kapiert Was heißt hier? Ja 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 ja, es leckt mich am Arsch Genau Aber die Position an sich ist nicht schlecht Ja, es ist definitiv Ja, siehst du, ich habe sechs Pfeile Ja So Hat nicht gelanget Weißt du, irgendwie ist es halt schon Kacke, was Jetzt hat es gelanget Aber jetzt ist es wieder kurz vor Exitus Oh oh Die schießt, die Sau Es ist auch wieder, es ist eigentlich nicht geschickt hier hoch zu gehen Ja Na also Mit einem Schuss Fünf Gegner treffen Wo sind die? Und du hast nur Du hast nur vier Schuss Ja, wo sind denn fünf Gegner? Noch nie Ich muss einfach mal ein bisschen warten, bis irgendwo fünf Gegner zu ist Im Gesamten musst du 15 Gegner töten Aha Ja 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 Was sind denn die? Oh Herrle Ja schau mal Und Schuss Ja, schaffts Ja, ich sag halt endlich, dass ich ein Held bin Du bist ein Held Ja Wo Kara gehöre Aber die treffen natürlich nicht Du hast nur noch einen Schuss, wenn überhaupt leer Was nicht? Du hast nur noch einen Schuss Du hast nur noch einen Kamm Ja, keine Ahnung, weil da in der Mitte steht, wieviel Schuss ich hab Ja, null Also ich hab ja einen Bonusschuss gekriegt, weil ich ein netter Mensch bin Also ich hab ja zum Hä du Saubub Na Gott, jetzt mach mal fünf Gegner rumla 11 50 Mark Oh, grüne Dings Haben will Aber sowas von Achtung Oh fuck Wow Ah, hab ich aber Ich hab aber falsch gedrückt, ne? Ja, du bist auch Für deine sonstigen Aktionen schon aus dem Gefahren bereit gewesen Aber der kommt wieder Ich führe mal in Deckung Abbedeckig Jetzt sowieso Das kann schon runterpumpen Warum läuft die Belagerung des Bestia Amok? Wer ist dafür verantwortlich? Wir sind's, wir sind's Ah, der hat ja praktisch irgendwie, who knows Feuerfest Feuerfest ist scheiße, das ist auch scheiße Keine Chance Abbedeckig Abbedeckig Ah, du Arschloch Lass mich da hoch, verdammt Darf ich bitte? Das ist doch super nett Das ist doch super nett Das ist doch super nett Wo springen? Ja, mal gucken, ne? Der Nabok Frucht, weisst du Oh, Mann Das ist ein Fingarmer Was? Oh, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Der kann springen, das ist unglaublich Oh, der ist halt schon arschcool Oh, ist das schnell Ja, leck Oh, was macht denn ihr Typen da oben? Ja, und wie viele Kollegen hat der jetzt da? Oh, ich bin ein bissl Ich würde den gern irgendwie isoliert kriegen Vielleicht warten wir einfach, bis der Alarm aus ist Oder, oder Erblierisch Und gerade Dings Perfekt Inrichtig Oh, fuck, was ist das denn? Fällig Oh, ich schon angepasst, ne? Scheiße Meine ganze Gefolge ist uns ab Komm, jetzt hast du aufgeladen, jetzt kannst du da an der Krille Ja, genau Oh, keine Chance Achtung Aha Ich habe keine Chance Oh, der ist fast schwer Ich bin nicht schwer Nein, keiner stellt sich mir und überlebt Boah Der ist eklig Ich finde ihn eklig Ich finde ihn eklig Ich finde ihn eklig Ich glaube, ich habe ihn verstanden Wenn ich das richtig hätte Dolche schmeißen, Dolche schmeißen Das wäre nicht schlecht gewesen, ne? Ach, das Glückspilz heißt der jetzt, das Arschloch Scheissdreck Den müssen wir wohl nochmal, ne? Ja, vielleicht sind wir auch einfach noch etwas zu wenig Ach, den kann man schon schaffen Also das ist jetzt nicht so, dass der komplett jenseits von gut und böse wäre Aber 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 Ach ne, Ziel markieren doch Ja, hat schon gestimmt, ja Wo ist der jetzt? Ach, gerade her, komm Wo steht der denn? Da unten? Das ist komisch Wobei, da ist er gleich Also Schnellreisen Schnellreisen Na, so gut Ja, aber ich glaube, dass die Idee mit den Dolchen ist vielleicht gar nicht schlecht Ich schaue mal Ah Und auf dem Weg dann einen aufdecken, wann er überhaupt so hat Ja, gut Ja, dann würde man mal sagen Tschüssi Genau, einen Karagok können wir herbei Ja, logisch, wir hätten so viele Möglichkeiten Naja, also, bis dann